Hallo, liebe Deutschlernende! Ich mache dies schon seit einer Weile und ich probiere viele verschiedene Sachen aus. Und manche Dinge sind hilfreich, manche Dinge sind nicht so hilfreich. Deswegen möchte ich dich fragen, was gefällt dir am meisten an Authentic German Learning? Was gefällt dir am meisten? Ich möchte versuchen, mehr davon zu machen. Denn ich möchte mehr davon machen, was ihr mögt und weniger davon, was ihr nicht mögt. Also, ich bin gespannt auf deinen Kommentar. Vielen Dank im Voraus! Das bedeutet, ich bedanke mich für etwas, was in der Zukunft passiert. Vielen Dank im Voraus! Bis dann! Tschüss!